Tag Kinder, ich habe gerade irgendwie ein Video von Valentin, dem iTouch Tester, gesehen, wo er gezeigt hat, wie ultra verregnet und scheiße überflutet Deutschland gerade ist. Und dann hat er gesagt, man kann mal eine Videoantwort machen, in dem man zeigt, wie das Wetter bei einem selber gerade ausschaut. Und weil hier, wo ich gerade bin, das Wetter so ultra geil ist, habe ich mal gedacht, dann mach ich mal mit. Ich chill hier ja gerade auch in T-Shirt und everything auf der Hollywood-Schaukel. Heute ist ein ziemlich windiger Tag. Ich hoffe, man hört überhaupt, was ich sage. Aber checkt das mal aus hier. Süße Katze am Start. Und einfach nur das geilste Wetter der Welt. Ich kann euch das mal zeigen. Das selben ist die Sonne. Bäm! Und ein überblauer Himmel. Das ist nur geil. Und für all die Leute, die meine 5000-Abonnenten-Room-Tour gesehen haben, die wissen ja noch, dass ich hier direkt am Meer wohne. Aber wenn ich schon vom Wetter rede und das geile Wetter zeige, muss ich da direkt nochmal angeben. Also hier ist das Zimmer schön. Und mittlerweile ist auch hier alles viel, viel grüner als bei der 5000-Abonnenten-Room-Tour. Und die Trauben fangen schon an zu wachsen und everything. Also nicht mehr lange. Da kann man sich hier was zum Versporn gönnen. Hängematte und alles. Aber das Wetter ist einfach so geil und es gibt so viele Leute gerade, die hier am Baden sind und so. Ich bade auch aktuell jeden Tag und everything. Und wenn man schon vom Wetter redet und wenn es bei euch in Deutschland schon so scheißenverregnet ist, habe ich gedacht, das muss ich nochmal kurz zeigen und nochmal kurz eine kleine Runde damit angeben. Man hört schon die geile Mucke von der Disco nebenan. Ich hoffe, dass es jetzt nicht copyrightet oder so und YouTube flaggt mich jetzt dafür. Na ja. Aber hier ist alles mehr. Viele Leute, die mich jetzt für verrückt halten, weil ich hier mit der Kamera rumlaufe. Aber na ja. Was hier. Also Valentin, du siehst, das Wetter hier in Griechenland ist irgendwie 5000 Mal besser als bei dir. Ich hoffe, du bist jetzt richtig neidisch und ciao. Das war's mit dem Video.